Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Herzlich Willkommen im Exploratorium zu diesem wunderbaren Konzert im Monsanto-Lex-Faktor. Wir haben das zwölfte Konzert in der Serie Sound & Lecture. Sound & Lecture heißt Kunst im Diskurs. Das heißt, wir hören etwas, aber es wird auch darüber gesprochen. Eine verbale Auseinandersetzung als Vertiefung des Hörnendrucks und eine Offenlegung von Dingen, die hinter den Klängen sind. Und dafür eignet sich dieser Abend ganz besonders. Wir haben einen Abend mit besonderer Vielfalt. Eine Vielfalt, die durch die Population entsteht, aber gleichzeitig durch Konzepte geordnet ist, geregelt ist. Eine Musik, die mit Fragezeichen aufwirft, die überzeugend ist, aber auch vielleicht kontrovers, herausfordert und ein bisschen provokativ ist. Extrakte ist ein hochinteressantes Aussonder aus acht Musikern unterschiedlicher stilistischer und ethnischer Traditionen, das improvisierte Musik bietet und fremde Klangwelten vorstellt und sie kombiniert, auf welche Weise, wenn sie gleich höhen. Und dazu aber auch Forschung betreibt, also darüber nachdenkt und gemeinsam Dinge erarbeitet, was ich persönlich ganz großartig finde, um das künstlerische Potenzial zwischen den verschiedenen Traditionen auszuforschen und daraus Kombinationen zu entwickeln. Deshalb ist dieses Ensemble auch tatsächlich wie geschaffen für Sound & Lecture. Und ich möchte Ihnen kurz ganz kurz erzählen, wie der Abend läuft. Der Abend wird so sein, dass wir Blogs und Musik haben und dazwischen Gesprächsinseln. Und zwar nehme ich zum Anlass für gemeinsame Gespräche mit den Musikerinnen und Musikern und mit Sandeep als Leiter den Titel, der, wie Sie ja wissen, etwas seltsam mit Klammern und sonst wie versehen ist und der fast nicht aussprechbar ist. Aber ich nehme einfach die drei Begriffe, die, denke ich, für das wichtig ist für die Arbeit. Nämlich Traditionen, zerlegen von Traditionen und diese wieder zusammensetzen. Diese drei Gesprächsinseln werden wir zwischen den Spielen machen. Ich werde dann diesen Tisch besetzen und jetzt gemeinsam reden. Am Ende werden wir auch ein bisschen gemeinsam reden. Das würde mich auch freuen, von Ihnen Eindrücke zu bekommen, wie Sie das jetzt empfunden und gehört haben. Und was Sie gehört haben. So viele Ohren. Ich freue mich sehr, dass so viele willkommen sind heute Abend. Und jetzt beginnen wir einfach mit dem ersten Blog Musik. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Amen. 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 In den slavischen Sprachen kann das Wort esik verschiedene Bedeutungen haben. Zunge, Sprache, Geschlecht, Stamm, Volk, Menschen, Heiden, Gesitsschnitz. Derartige slavische Zungen, also Gesitsi, begegnen uns schon im 9. Jahrhundert im Vorwort zum Evangelium. Rockhas das Vedoto Evangelium, geschrieben von Konstantin Kyrill, dem Philosoph, der später als heiliger Kyrill in die Geschichte eingegangen ist. Nach ihm wurde übrigens die kyrillische Schrift benannt. Im Laufe der Jahrhunderte durch die Zunge wie Sprachen, Geschlecht wie Stamm, Volk wie Menschen und besonders die Heiden. Ich empfehle Wandelungen. Hören Sie selbst diese urgarische Glossulalie. Verablieue Na bloß sie haben die Z回來 Ich verabliebe Ihnen Ihr Ihr Jens. Zs. Ui. K. Ui. Jens. Jens. Ss. Ui. K. Ui. Altkirchen-Slavisch, 10. Jahrhundert. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 no, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Der Händler hat immer verändert und so hat die Haufe, ist sie leider mit Staub überzogen worden. Okay. Haum, your instrument is a Korean instrument. You come from Korea, right? Genau. Okay. How is it called and how is it sounding? Yeah. The name of this instrument is a Taeku. It's a Korean bamboo figure too. This is one piece of bamboo. And here is a glowing hole. And we have, we use six fingers. It's a very pentatonic instrument. And the last is an extra hole. It's for tuning. We don't use at all. We cannot reach my finger. And here is an extra hole. As well. This is covered by membrane. It's a skin. Yeah. This part. So, it's a very thin skin. So, when I blow this instrument, also I use this buzzing sound. For example, just pure bump sound is like. But with the membrane. It's much different. Very strong. Very sharp. Especially in high pitch. It makes a very strong sound. And just a one I would like to add. When I play this instrument, just I put this instrument on my shoulder. And then I press the instrument by my lip. It means I really hold the instrument. Because in Korean traditional music, it says the movement is very very important. How you move the tones. And rather than making an exact pitch. So, we always. So, when I hold the instrument, when I move my arm, exactly this instrument follows my movement. So, I can make a vibrato and bending and so on. So, generally it's for my shoulder and my movement of my arm. This is an actual instrument in Korea. Yeah. Are there orchestras or songs or? Yeah, nowadays. Nowadays, we also have a traditional music orchestra. It's a very adopted from the European orchestra. They play also composed orchestra music. Okay. And nowadays, it's also contemporary music ensemble. As well. And there are many different types of music. And the traditional, are there traditional original instrument ensembles? Yeah, yeah, yeah. The combinations of? Well, it's a, we also, there are, we still have to play some court music. It's a very big, which is a ceremony empire. So, then we play some four-team instrument together. It's a very big orchestra. Okay. Okay. So, okay. May I ask Sören again? The second, also, das zweite Instrument, das du hast, ist Duduk? Ein armenisches Instrument? Ja. Duduk. Duduk. Duduk und K. Duduk. 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 Das heißt, das Cirana war. Das basiert darauf, dass es ein Rohr gibt, das aus Aprikosenholz hergestellt wird, aus wild wachsenden bitteren Aprikosenbäume, die lange in sehr harten Witterungsschwankungen gewachsen sind, sehr langsam gewachsen sind. Da gibt es ein hartes Holz und niemand hat herausgefunden, warum dieser warme, weiche Klang bisher herausgekommen ist. alle Versuche, es mit anderen Materialien zu machen, funktioniert nicht. Also es muss an diesem Holz liegen oder aus der Kombination von beiden. Das ist ein Doppelrohrg hat. Kennt man aus verschiedenen Instrumenten. Wo wird zum Beispiel Sackfalten, Duellsack. Dieses Prinzip, dass man ein Doppelrohrg hat auf ein Rohr steckt, ist sehr, sehr alt. Vermutlich 4000 Jahre alt. Das ist wahrscheinlich aus Ägypten, kommt, Persien groß geworden, jetzt in dem Raum auch noch verbreitet. In Türkei heißt es zum Beispiel Me, klingt anders. In Georgien heißt es Kuduki. In Aserbaidschan heißt es Balaban. Dabei immer das gleiche Prinzip. In China heißt es Huanci. Und in Japan weiß ich es gar nicht. Und ja. Was ist denn der Prinzip? Ich habe gesehen, Sie waren mit dabei. Genau, das ist nicht Druck, sondern eigentlich soll es sehr leicht gehen. Aber dieses Weichmachen und das Aufklemmen der Wangen macht sozusagen diesen vollen Rundes Haunt. Also wenn es Druck voll rüberkommt, dann bin ich noch nicht gefühlt. Wie ist das eigentlich in der armenischen Tradition, der Zerbaidschan, gab es da auch Improvisation? Ja, also die armenische Musik ist ja erst mit Comitas, war der Comitas sozusagen herausgeschöpft worden aus dem Mix dieser ganzen Kulturkreise. Armen ist ja in der Laufe der Jahrhunderte mehrfach überfallen, besetzt worden. Es hat sich also immer gemischt mit persischen Einflüssen, mit türkischen Einflüssen, mit asiatischen Einflüssen und Comitas hat es sozusagen rausgesiebt. Und dieses Raussiegen, glaube ich, hat quasi, muss ich mal kurz überlegen, hat schon festes Songmaterial, aber innerhalb der Songs wird improvisiert. Vor allen Dingen, also auch mit der Buchung, improvisiert wird es in dieser makarmen Kultur. Okay. Oh, I have the same question for you, is this instrument in Korea, will be improvised with? Is it an instrument for improvising? Well, not like what I played before. It's a very free improvisation, but even international music is a very famous music. It's also improvising, so yeah, we also improvise in international music as well, but yeah, of course, it's this kind of a free improvisation is still, it's not so many players, they don't, they don't, they don't, they don't have any experience. Only in Berlin. Yeah, yeah, I think it's a very important play, to have experience with this. Und wie ist das auf der Eigenschaftsumme? Ja, also, das ist eigentlich auch, Improvisation steht auf der Tagesordnung, vor allen Dingen, wenn ich jetzt Basso Continuo spiele, bei Solo ist es vielleicht wieder ein bisschen anders, aber Basso Continuo, wenn ich das ganz kurz nur erkläre, ich habe also die gegebene Basslinie, wenn ich Glück habe, steht eine Ziffer dabei, die mir Auspuff drüber gibt, was ich für einen Akkord drüber spiele. Aber natürlich kann ich reden, mit wie vielen Tönen, wie ich den spiele und vor allen Dingen auch, was ich dazwischen spiele. Genau, die General Bassbeziehung. Genau. Okay, das heißt, wir haben jetzt also einen kleinen, mal einen kleinen Blitz einfach in verschiedenen Instrumenten, es gibt noch so viele. Wir wollen aber eigentlich jetzt im Konzert fortfahren, im zweiten Teil. Und Dankeschön für euch, dass ihr hier wart und wir machen den zweiten Teil weiter. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Musik 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 ? Musik 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 Ja, wir machen das jetzt so, dass wieder eine Gesprächsinsel kommt und danach gibt es ein Abschlussstück, ein längeres Abschlussstück, das auch noch sich im Raum verteilt. Und wir sind jetzt bei dem, nachdem wir uns über das Zerlegen gesprochen haben, sind wir jetzt bei dem Zusammensetz. Und jetzt gerade im letzten Stück wurde es ja nun komplett klar, komplett klar, dass hier zusammengesetzt wird von Musikern und Musikerinnen, die live auf der Bühne im Moment Dinge erfinden und auf Dinge reagieren. Also etwas, was eigentlich dann wiederum fast nur 10% Konzept hat, aber 90% Erfindung im Moment ist. Und es wird auch deutlich, oder Sie haben das sicher alle gehört, wie das irgendwie versucht, sich irgendwie zusammenzubringen alles. Wie die Dynamiken, wie die Dinge zusammenkommen über Dynamiken, wie verschiedene Klangfarben sich ergänzen, wie plötzlich, wir haben das eben auch in den anderen Stücken gehört, plötzlich so Fetzen von irgendwelchen Zitaten fast irgendwie herauskommen und dann wieder verschwinden. Und ich möchte jetzt in einer, wie soll man das nennen, offenen Talkrunde versuchen, mal einfach mit euch nochmal über dieses Zusammensetzen zu sprechen. Und zwar würde ich gerne als erstes einladen Denisa und ich würde gerne einladen Ravi. Und ich würde das gerne so machen, vielleicht ist der Begriff schon bekannt, die sogenannte Fishbowl. Das heißt, ihr kommt jetzt hier hin und wenn ihr nichts mehr zu sagen habt in der Fishbowl, dann kommt jemand anders. Ja, wenn ihr einfach eben hierher... Ich mach das, ich mach das. Dein Rücken ist zwar wunderbar, aber... Also es macht total Spaß, mit denen irgendwie Tage zu verbringen. Es ist so schade, dass ihr geht. Ich könnte irgendwie noch weiter mit euch... Wir kommen wieder. Genau, versprochen. Okay, alles klar. Ja, könnt ihr irgendwas dazu sagen? Wie machst du das? Wir haben ja eben gelernt, dass es Traditionen gibt, die du in dir hast und spielen willst. Wie kommt es zusammen mit einer freien Improvisation? Ich suche mir relativ bewusst die Stücke aus, mit denen ich spielen will, mit denen ich improvisieren will. Die Wege, wie ich sie aussuche, sind meistens über das Thema, mit dem ich mich auseinandersetze. Also das Stück über die bulgarische Glossolalie, das ist aus der Auseinandersetzung mit der Zunge entstanden. Wir haben ein ganzes Konzert über die Zunge gemacht, in den verschiedenen Traditionen. Und das war das, was mir in Bulgarien begegnet ist, zum Thema Zunge. Und daraus entsteht ein Pool an Material, mit dem ich mich auseinandersetze und aus dem ich dann auswählen kann. Während des Moments des Spielens? Ja, vieles entsteht im Moment des Spielens. Natürlich gibt es immer Sachen, die man vorher üben kann. Also eine spezielle Verzierung, die Technik des Singens, natürlich, wenn ich die bulgarische Stimme benutze oder wenn ich die Kirchenstimme benutze oder die Opernstimme, mehrere Ichs, die dann mal zu Wort kommen dürfen. Das ist sowohl geübt als auch improvisiert im Moment dann. Und wir arbeiten ja auch sehr intensiv in den Proben zusammen, so dass wir uns irgendwie schon auch verstehen, so was, wer da jetzt gerade, ja, wer da gerade jetzt redet, mit welcher Stimme. Aber es gab einen sehr schönen Moment heute Nachmittag, wo du Gene total überrascht hast. Da habt ihr beide zusammen improvisiert. Noch einmal hat Denizia losgelegt mit einem traditionellen Lied. Und er saß da und wusste überhaupt nicht, was er jetzt tun wollte damit. Und einfach, das herrschte einfach dann ein paar Sekunden lang absolute Stille. Also das gibt es ja auch. Genau, das heißt, es gibt auch Material, was nicht sich wirklich sofort verbinden lässt, sondern es gibt Material, was so in sich geschlossen ist, dass man es auch lässt. Du hast eben auch irgendwann mal am Ende einer Improvisation noch einmal ein Lied gesungen. War das das Lied? Das war das Lied. Das war das Lied, ne? Das haben wir nämlich doch mitgekriegt, wollte ich doch sagen, ne? Und dann hat Gene, aber diesmal hat er was dazu gefunden, ne? You understand? Not really. Also das ist das, was so viel Spaß macht. Man findet zueinander, man fängt an miteinander zu reden, man fängt an miteinander auch gleichzeitig zu sprechen. Und das ist jedes Mal irgendwie ein bisschen mehr. Man versteht sich ein bisschen mehr in der Tradition. Man lernt voneinander auch ganz viel. Für dich ist das aus der indischen, kann man sagen, aus der indischen Tradition. Und das heißt also auch aus einer sehr komplexen Welt von Rhythmen und Tönen oder so, ne? Und wie ist das jetzt wiederum, ist das eigentlich ein freies Spiel, was du machst oder ist das zum großen Teil? Natürlich hat man immer sein Regelwerk im Gepäck, wie man es gelernt hat, aber so was ich jetzt hier mache, da wurden die meisten klassischen Musiker, mit denen ich zu tun habe oder mit Lehrern, solche Bewegungen machen. Ich bin gerne dabei, weil das sind sehr, sehr liebevolle, sehr hochwertige Künstler auf sehr hohem Niveau. A. B. Es macht Spaß. Und C. Wir werden bezahlt. Hast du das Gefühl? Naja. Hast du das Gefühl? Sie lachen, aber für einen Musiker ist das mitunter fast an höchster Stelle, warum ich was tue. Weil ich bezahlt werde. Es ist einfach so. Wir müssen davon leben. Genau. Darüber könnten wir jetzt den ganzen Abend diskutieren. Über die schlecht bezahlten Musiker von Berlin. Das tun wir jetzt nicht, weil ich einfach nochmal den Fokus machen möchte auf den, für dich nochmal, Rabi, ich wollte nochmal wissen, dieses Spielen, was du da machst, das muss da irgendwo sich anknüpfen können bei den anderen. Wie funktioniert das? Kannst du da irgendwas sagen drüber? Ich kann das nicht genau beschreiben. Also ich höre und dann versuche ich zu reagieren. Okay. Nach bestem meine Möglichkeiten. Okay. Und es geht aber nicht gegen den Strich, dass was jemand anders dann mal macht? Doch. Manchmal ist es so, uh. Okay. Das gibt es. Doch. Öfters. Okay. Aber das gehört dazu. Das gehört dazu. Das ist ein Teil des Reizes an dem Ganzen. Das heißt, dass man außerhalb der Komfortzone. Okay. Alles klar. Das heißt, du flieger tollen. Möglichst Reibung. Genau. Sie fliegen jetzt mit Extractor Airlines in Höhe von 10.000 Meter ohne Sitzgurt. Manchmal ohne Pilot. Wunderbar. Klaus, wenn ich da mal an dich dazu bitten darf. Du bist ja, wie würdest du eigentlich deine Tradition beschreiben, in der du arbeitest? Ich kenne dich ja schon und das ist ja eigentlich, was ist das eigentlich, was du da machst? Ich wusste ja schon, dass die Frage kommen hat. Schon vorbereitet. Was ist meine Tradition? Ich habe Instrument und Musik gelernt, weil ich irgendwie, glaube ich, einen Ersatz für die Sprache gesucht habe. Und ich wollte eigentlich nie irgendwie ein Stück so lernen, dass ich es dann irgendwie irgendjemandem dann so bravourmäßig irgendwie vorspielen kann. Sonst ging eigentlich immer mehr um halt, um zu sprechen mit der Musik, mit dem Instrument. Und ja, und das funktioniert hier in dem Ensemble natürlich super gut. Also es gibt Arten und Reisen, wie man eben sprechen kann. Also das ist manchmal gesetzt. Manchmal gibt es immer auch Themen, die gesetzt sind. Und dann kann man eben mit Kollegen, die eben auch sehr gut sprechen können, sprechen. Das ist sehr schön. Wie sieht das eigentlich aus? Das ist ja einerseits eine Bereicherung, was ihr macht. Aber es ist andererseits auch ein Verlust. Ihr müsst irgendwas nicht machen, was vielleicht irgendwie euch besser gefallen würde oder irgendwas muss man vielleicht loslassen. Kann man das so sagen? Das heißt, wenn du mit einem absolut freien Ensemble auf deiner Ebene improvisierst, dann kannst du sagen, ich lasse mich da komplett rein. Aber hier ist es was anderes, ne? Naja, die Qualität ist, wenn man sich jetzt irgendwie mit vielen Leuten zum Improvisieren trifft zum Beispiel, dann hat das halt eben die Qualität, die, wenn man es dann oft gemacht hat, eben auch hat, dass es manchmal einfach dynamische Dramaturgien gibt oder so, aber dass das eigentlich nicht so viele Überraschungsmomente sind. Manchmal hängt es von Kollegen ab und hier gibt es eben Überraschungsmomente, weil es eben Sachen sind, die gesetzt sind. Und weil dann einfach in einem normalen, in einem üblichen musikalischen Fortgang dann zum Beispiel irgendwas reingrätscht, was einen dann auch wieder fordert. Ja, genau. Das heißt, da sind so auch Überraschungsmomente ganz schön. Genau, okay. Darf ich noch eben Margit nochmal fragen? Die klassische Tradition, die... Ich komme ja aus dem Bafon. Du kommst aus dem Bafon? Au, ja, das war jetzt ganz falsch. Ja, okay. Also, ich wollte nur sagen, die ist ja, die arbeitet ja auch mit sehr starker Präzision, mit keinem Fehler, mit keiner, mit immer einer ganz besonderen Klangfarbe und also mit diesen Dingen. Das ist ja hier etwas, wo du im Prinzip komplett deine eigenständige Musik machen kannst. Ja, also, im Barock ist es wirklich ein bisschen anders, weil wir auch Improvisationen haben, aber es stimmt, dass wir zum Beispiel immer gefragt werden, dass man im richtigen Stil improvisiert. Wenn ich Monteverdi spiele, soll ich nicht klingen wie Händel und so weiter. Also, insofern gibt es schon ein leichtes Korsett. Und ja, das ist die Herausforderung und der Challenge und das Schöne, das Riskierende hier, dass ich eigentlich von dem allem am besten gar nichts mache. Außer meinem Ornament. Ja, genau, das wollte ich nämlich fragen. Das ist vielleicht das, was du vorher gemeint hast. Ja, genau. Du musst ja irgendwas machen. Ich meine, wir müssen alle immer irgendwas machen. Und das ist ja irgendwie, sonst wäre das Ensemble irgendwie nur stumm. Sonst hätten wir hier eine Stunde Stille, weil es doch nicht funktioniert. Aber hier funktioniert es doch tatsächlich. Also, irgendwas muss doch... Ja, weil man so... Also, ich bin ja jetzt, wie gesagt, erst das zweite Mal dabei. Und es sind so viele herrliche Musiker, die sich so gewinnen. Eine Wande, wo man aufgefangen wird. Und wenn man mal nichts zu sagen hat, habe ich auch gelernt, soll man am besten still sein. Ja, okay. Nee, also, es ist eine wunderbare Herausforderung. Und man kann eigentlich, glaube ich, oder was das Verbindende zwischen den verschiedenen Improvisationskulturen ist, ist wohl der Mut, dass man sich auf etwas Neues auch einlässt. Genau. Das Neue ist das, was du... Die Neugier. Die Neugier. Und das Neue ist auch etwas, was sozusagen beim Spielen dann passiert. Das heißt, du machst Dinge, die möglicherweise du irgendwie vielleicht sogar nie geübt hast. Oder die irgendwie einfach passieren oder so. Alles, was sonst nicht passieren darf, das kann hier so passieren. Ich habe mir noch ein bisschen zugeguckt, wie du also verschiedenste Dinge ausprobiert hast, die garantiert nicht im Barock irgendwie stattfinden. Auch die Stimmung ist nicht im Barock. Auch die Stimmung ist nicht im Barock. Wie ich will, habe ich begonnen, Vierteltöne einzustimmen. Also normalerweise, ich trete jetzt meinen Trend kurz, normalerweise habe ich die äußeren Seiten rein in C-Dur gestimmt. Und jetzt klingt es so. So, das habe ich vorher nie gemacht. Genau, das ist dann auch was, was Ravi eben gemacht hat, wo der Lehrer dann so macht. Genau, also das heißt, das ist die, und das Interessante ist ja, dass diese Dinge, die ihr alle aus euren, also sagen wir mal so, für mich als jemand, der freie Improvisation macht und sehr lange das schon mal, ist es erstmal keine Überraschung. Aber hier ist das Neue, was hier passiert, ist, dass ihr aus einem ganz anderen Fundus schöpft. Und dass das irgendwie zusammenkommt. Und das finde ich total spannend. Ich habe noch eine, Ja, bitteschön. Eine Wortmeldung dazu. Und zwar, das klingt jetzt immer so, dass wir, also dass es keine Reibungenprobleme gegeben hätte im Laufe der Proben. Und es war tatsächlich am Anfang aber oft nicht so einfach, auch in langen Proben, irgendwie vernünftige Musik zu machen. Also was Ravi gesagt hat, fand ich ganz richtig. Es gibt Sachen, da zieht es einem die Schuhe raus. Und die muss man irgendwie aushalten. Und dann kommt was Neues. Es gab einen Moment, glaube ich, der ganz wichtig ist und der jetzt glücklicherweise hier, das möchte ich jetzt hochhalten. Diese CD kam heute vom Presswerk. Die ist noch nicht mal erschienen. Es erscheint erst im Mai, aber man kann sie heute schon kriegen von uns. Wir haben sie selber noch gar nicht gehört. Und das ist eine CD, die ein ganz besonderes Projekt, einen ganz besonderen Wendepunkt markiert an unserem Dasein. Es war ein Konzert, zu dem wieder Elke uns eingeladen hatte mit einem Festival im Radiatsystem, das Faithful Treue und Verrat der musikalischen Interpretation ist. Ja, Treue und Verrat, genau. Und zu diesem Festival wollte ich gerne mit dem Gebrüder Teich mal zusammenarbeiten. Klaus hatte schon immer vorgeschlagen, dass wir mal mit Loops arbeiten. Weil Loops sind Elemente, die in vielen Kulturen vorkommen. Gebrüder Teichmann sind wer? Gebrüder Teichmann sind zwei elektronische Musiker, die auch einen Großteil ihrer Karriere als DJs, Musiker verbracht haben. Und wir haben letztlich Interpretationen der 90er Jahre in Berlin, das Techno der 90er Jahre in Berlin versucht. Das war eine Strategie, die man, es gibt ja so schöne chinesische Strategiebücher, wo dann immer irgendwelche politischen Namen für Strategien erfunden werden. Und diese Strategie würde heißen, den gemeinsamen Feind lieben lernen. Und zwar hat sich sehr früh herausgestellt, dass natürlich diese Musiker alle von weit her und von verschiedenen Kulturen kommen, aber das ein Ziel relativ geeint hat, nämlich dass sie die Musik des Techno, diese Gnadenlosigkeit im Rhythmus, alle nicht mochten. Also so von Anfang zu Anfang. Und dann hat Klaus, der sich damit aber auch schon mehr auskannte, erst mal überhaupt eine Einführung, das war dann ein ganzer Tag, glaube ich, in dem du einfach uns mal Sachen vorgespielt hast und erzählt hast, warum das so ist, wie es ist. Und dann kamen die Gebrüder Teichmann und ich weiß noch genau, da gab es nur einen Moment, da war natürlich dann auch immer, es gibt so Musikerstreitigkeiten, da gab es zum Beispiel, die legen ja nur Platten auf, das müssen Musiker sein, ja. Und wo dann, ich glaube, Hannes oder Andi meinte dann, also wenn du da nach D-Dur modulierst, dann können wir doch da einsteigen. Und dann zuckte, der hat gehört, dass wir nach D-Dur modulieren, okay, also dann, das ist also doch ein Musiker. Also, und diese Strategie sozusagen, sich mit etwas zu beschäftigen, was weit außerhalb der Konfortzone, wie Ravius gesagt hat, lag und sich damit so lange zu beschäftigen, bis es innerhalb der Konfortzone lag, ist eben in diesem Projekt auch exemplarisch durchgespielt worden. Und das wollte ich nur noch mal sagen, es ist nicht ein Projekt, was eben auf Goodwill beruht und auf dem Gutmenschentum, dass man sich immer so freundlich gesonnen ist, sondern es gab da selbst starke Reibung, die in verschiedenen Situationen auch ab und zu zum Vorschein kamen. Es gab auch Musiker, die das Ensemble im Sturm verlassen haben und nach, ja, und dann nach einiger Zeit wieder zurückkamen und sagten, Sie fanden es eigentlich doch sehr spannend. Und, also es gab alle möglichen Varianten dessen, was man da so erleben kann. Und, ja, soll ich noch das letzte Stück anzeigen? Ja, bitte, jetzt erstmal. Aber ich möchte noch kurz, ich würde das gerne so machen, dass wir jetzt, weil wir schon so lange geredet haben, das Stück im Spiel vorführen und danach dann noch ein kurzes Gespräch mit dem Publikum machen wollen. Ich würde, bevor wir das letzte Stück, jemanden noch fragen, der gar nicht zu Wort gekommen ist heute. Bitte schön. Juni. Could you say something about your instrument? I think there's a big question in many people's minds about your sound and about your instrument. You say it's too much name means and it's Hegel. It's also Korean traditional instrument. And it has two strings. Gold and brown. And I make a tune. I'm just recording. And then press it with two. Yeah. It's materially sick and it's one's horse tail. And the bow is in the instrument. It's not separated from it. Und man muss dazu ehrlich sagen, das sieht ja eigentlich alles ganz leicht aus. Es ist aber riesig schwer. Punkt. Also es ist wirklich eine Virtuosin dieses Instrumentes und das muss man, möchte ich einfach noch dazu sagen. Ich habe vorher mich auch mit dir unterhalten darüber. Und jetzt haben wir noch jemanden, genau. Wenn wir jetzt schon dabei sind, wollen wir alle. Gene and I go back a long way and we have, but we realized that we've never made music together, right? In any sense. And it's the first time that we actually share a stage musically. Do you want to say something about your trajectory or how you came to be on the stage? I mean, as a bass player, whatever you want. If you like, come here. So, yeah, I actually was training as a visual artist. This is like 30 years ago. Okay. And in art school, at the School of the Art Institute, I heard in a music appreciation class a recording of Anthony Braxton. And I was immediately captivated by this and I ran out to the record store to find some of his music. And the record I found was a duet with him playing with Derek Bailey, the British guitar player. Exact the right thing. Yeah. Well, actually, that was, in fact, that was too far out for me at the moment. Because what I'd heard in this class was Braxton doing this sort of abstracted bebop kind of thing. So that was immediately like, okay, you know, I know what that is. And then the record with Derek Bailey was completely abstract. And you couldn't even tell that Derek Bailey was playing a guitar. You know, it was just these sounds. So it took me some time to sort of really get into that and understand what that was. But that was the beginning point for me. And then I was improvising with different people, blah, blah, blah. And of course, being in Chicago, I had the opportunity to hear all these absolutely fantastic musicians from the AACM. So I heard concerts by the Art Ensemble and Sun Ra and Braxton and Henry Threadgill and all these people. And they were all amazing. Okay. Yeah. And for you, it was the first time to play here. No, I played here. With the X-Hactor. Yeah. Yeah. Not Exploratorium, but with the X-Hactor. Yes, that's right. That's right. Yeah, okay. And this is interesting because for you, it was all new, yeah? Yeah. I mean, I grew up in a very rural area of the United States, so there was no exposure to experimental music or anything like that. You couldn't hear it on the radio. You had no access to it. Yeah. So that was a completely new thing for me when I first heard it. But I was very excited by it. Some people are not, but I was one of those people who was immediately captivated. Okay. I was here during the rehearsals, but you had no, I thought you were immediately part of the ensemble. Mm-hmm. Yeah, you have, and was it difficult for you or is it, what, how do you find the way to come together? Yeah. Well, again, for me, as a composer, I've been involved in writing music, combining instruments from different cultural trajectories. So, and this really started for me in 2001. I had a fellowship, went to Japan. Mm-hmm. I was there about nine months, and I made a lot of connections with both these great musicians from the experimental scene in Tokyo, people like Otomo Yoshihide. Oh, yeah. But also then these traditional musicians who were working with him and recording his music. And so I connected with those people and started composing music for them, created a group called Ensemble NJP, which has been running now for 15 years. Mm-hmm. And so that has given me a lot of time to sort of consider how these instruments can be mixed together in various ways. And for me, one of the most important things is actually is noise. Mm-hmm. If you have noise in the so-called Western instrument and the Asian instrument or the Middle Eastern instrument, this noise is a kind of middle ground where things can be connected. Okay, yeah. And you don't necessarily immediately recognize the sound of this instrument's tradition. Yeah. So in a sense, its identity is changed. Its identity is modified in a way that allows you to hear it differently. So I'm always looking for this. Always looking for this way to connect with the other instruments so that it's not immediately like, oh, yeah, that's the bass clarinet. That's this or that. You know, and they're separated. So like I say, it's like food. You know, if you have some sushi and then some mashed potatoes, you know, that could be a terrible combination. But if you go back and think about how those things could be combined by looking at their flavors, then something else can come out. Thank you very much. Thank you. Thank you. Das war eigentlich die Art und Weise, wie tatsächlich wir uns möglicherweise irgendwann, auch wenn die Sprache verloren geht, verständigen können. Genau. Und wir hatten, und nun sagst du bitte das letzte Stück an und ich würde nach diesem letzten Stück euch gerne einladen, nochmal kurz irgendwie Fragen zu stellen für das ganze Ensemble und wir schauen dann, dass wir den Abend dann sozusagen locker vielleicht noch zum Weinen irgendwie übergehen können, mit Gesprächen oder ohne wie auch immer. Ja, jetzt bitte erstmal den Tisch hier wegschieben. Den können wir jetzt wegschieben. Das heißt, das Stück ist eigentlich Artur gebunden. Das ist die Artur. Das sieht die nächste Seite aus. Die nächste Seite aus. Und ich mische die jetzt einfach die ganze Zeit. Ja, die ganze Seiten. Und mit diesen Seiten stehen bestimmte Instruktionen drin und bestimmte Namen. Und die Musiker, die da als Namen genannt sind, spielen eben bestimmte Parts auf dieser Seite. Blowing Conversations, Interrupt, Destroy. Ich habe jetzt keine Ahnung, Sie haben auch keine Ahnung, was ich jetzt gemischt habe. Die anderen haben ihre Sachen gemischt. Und was wir jetzt machen werden, ist, dass ich tatsächlich als Live-Toningenieur dieses Ensemble mische, ohne zu wissen, was sie tun werden. Und darauf reagieren muss und das irgendwie weitergehen muss. Also sozusagen und Sie wissen auch nicht, was auf der nächsten Seite steht. Naja, wir werden mal sehen. ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, tradition sounds und etchern. Und, das Improvisation, was your relationship to Improvisation? Is this something you decide? Being part of what you do all the time? Or, yeah? Vielen Dank. Versuchen wir vielleicht noch mal Eindrücke zu sammeln, was da eigentlich jetzt heute passiert ist. Stille, wunderbar. Wir haben alles verstanden. Stille, wunderbar. Stille, wunderbar. Stille, wunderbar. Stille, wunderbar.